Hey, Sie! Guten Tag! Hä? Was? Hallo? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben drei Karten für König der Hirn bekommen! Äh, was? König der... Warum schütteln Sie bei der zweite Hand? Ich war eben auf dem Klot, hab meine Hände nicht gewaschen! Hä? Hier, riech mal! Äh, wie? Das ist voll eklig! Hör auf damit!